Für Ihr Kommen und für die Neugierde, die Sie in den Kopf zurückgebracht haben, möchte ich Ihnen kurz, wenn die Signale dieses Geredes auch dort hinankommen, die Sie teilen sollten, nur ganz ein paar Sätze einleitende sage, und Herrn Klanitzer, Nies, wo wirken, er hat sich sehr gut vorbereitet. Wir haben keine theoretische, epistemologische, ideologische Vorabsprache, es ist quasi alles wirklich als Impuls gedacht, auch für Sie, vor allem, weil wir diese sehr dünne und zarte Tradition unserer Zusammenarbeit, die bis jetzt so diskontinuierlich stattfand, doch vielleicht eine gewisse Form von Kontinuität geben könnten. Das sollte für die Medizinstudenten, die drei, vier Jahre dann ihre Akkuperation haben und im realen Leben sein werden, etwas Interessantes sein, hoffentlich, aber auch für Sie, für Sie alle, weil wir, wie ich denke, sehr stark beeinflusst sind von einer Form von Medialisierung. Zu vorweg einfach, ich glaube, dass wir heute ubiquitär in unserer Kultur, in der Gesellschaft keinen einzigen Ort haben, wo Bilder, wo Screens keine wichtige oder weniger wichtige Rolle spielen. Das sind Sachen, die ich Ihnen als Medienwissenschaftler gar nicht zeigen muss und sagen muss. Nur, ich brauche es ja als eine kurze Einleitung, die einem ein bisschen bewusst wird, da wir heute uns speziell über Screens, Displays, Monitore und so weiter sprechen wollen, dachte ich, okay, das ist das, was auf uns rumgibt. Und unser Ansatz ist ganz einfach, dass die medizinische Praxis als eine zugleich wissenschaftliche oder auch kulturelle Praxis natürlich etwas ist, was sich nicht trennen lässt vom Rest, vom kulturellen Kontext. Abgesehen von allen Mathematisierungen, abgesehen von allen medialen Implikationen, von philosophischen Implikationen und vor allem für uns sehr interessant von epistemologischen Implikationen, die wir für unsere eigene Praxis haben. Sie wissen, wir sind vorerst Praktiker. Wir haben zwar eine wissenschaftlich begründete Praxis, aber vorerst sind wir Praktiker und haben mit realen Tatsachen und Problemen zu tun, die akut sind, aktuell sind und immer vor Ort sind. Aber nichtsdestotrotz immer noch eine Art kulturelle Praxis. Wie Sie sehen, wir sind umgeben von diesen ganzen Praxen, von Überwachungsstationen, von Flughäfen, die uns mit Bildschirmen umgehen. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen, ein paar Stunden. Das wird Ihnen helfen, zu zeigen, dass unsere Bildschirme, unsere Displays, unsere Screens natürlich in diesem Kontext sich befinden und nicht quasi in den geschlossenen Räumen, in den Blackbox der Universitätskliniker, wo man dann mit 10, 14, 20 Millionen teure Geräte wunderbare Bilder erzeugt, aber alles andere ist ausschließlich getrennt. Ich denke, dass wir auch diese eine sehr spezifische Form der kulturellen Praxis ist, die Analyse bedarf. Und das ist das, was uns zwingt, hierher zu kommen, weil wir Ihre Kompetenz und Ihr Wissen und Ihre historische Fähigkeit brauchen, das zu analysieren, was wir täglich tun, weil wir manchmal selbst nicht sehr oft über unseren Tellerrand schauen können oder wollen. Manchmal. Das sind die Screens, über die ich gesprochen habe. Schau dich das einfach an. Das sind einfache Bilder gemacht mit meinem Telefon. Das ist ein ganz normaler Alltag. Ohne Schnickschnack, ohne Photoshop, ohne Werbung, ohne irgendwas. Die Formen, wie die Screens und Monitore jeglicher Form der Kommunikation bestimmen und prägen vor allem. Prägen heißt, dass es eine Konferenz dienstags immer stattfindet in Campus Mitte. Wir sind mit Video verbunden mit drei anderen Campi, bei Bedarf auch von irgendwo, von einem beliebigen Ort der Welt, wenn es Probleme gibt oder Fragen bezüglich. Das ist das Thorax-Team. Da handelt es sich um Erkrankungen des Brustkorbes sozusagen. jeglicher Art, vor allem in diesem Form, um bösartige Erkrankungen. Das ist ein anderes Bild auch. Das ist immer mittwochs, 8.30 Uhr, unser Magen-Darm-Team sozusagen. Sie sehen, ich will Ihnen nur zeigen, ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag, ohne das ist verschöntes oder die Bilder, das ist einfach Schnappschüsse. Von einem Alltag, sehr früh, 7.30 Uhr, 7.45 Uhr, aber das überlebt man ja irgendwann früh oder später. Das ist sozusagen eine eigene Konferenz, wo wir quasi früh 7.30 Uhr anfangen, mit einem großen Bildschirm und ausschließlich mit Bildern handeln. Unsere klinischen Entscheidungen, unsere Analysen, unsere Kritik, unsere Fragestellung stammen natürlich aus dem Alltag vor bestehender Erkrankungen, die Konzepte brauchen. Ich will nur Ihnen in dieser Hand, dieser vielen Screens und vielen Bildern zeigen, dass im Grunde genommen heute in der medizinischen Praxis kein einziger Bereich gibt, weder in der Diagnostiktherapie, wo man ohne Bilder auskommen kann. Also wir sind nicht nur umgeben von diesen Screens und deren digitalen Erzeugnissen, sondern unsere Praxis wird exklusiv geprägt dadurch. Sie führen uns sozusagen und das wird unser vielleicht einer interessanten Zusammenarbeitsfelder für die Zukunft sein, für alles, was Image Guidance betrifft. Das ist das, was mit Matthias Brun und Herrn Prediker in diesem Rahmen dieses Clusters machen werden. Das heißt, Bildführung. Nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern das ist Bildführung im wörtlichen Sinne des Wortes. Und so kann ich das kurz machen, ohne Herrn Planitzer was vorwegzunehmen. Das ist der Alltag der Stadt, wie Sie sehen, es gibt keinen einzigen Raum ohne die Bilder. Selbst die ganz langweiligen Röntgenbilder aus den Vortagen sozusagen der Digitalität, selbst die sind früher oder später digitalisiert oder digital dargestellt auf verschiedenen Screen-Möglichkeiten. Was mich interessiert, ist eher das, also einen Schritt weiter, um nicht zu sagen, es gibt eine digitale Bildkultur in der Medizin, die deutlich und deutlich, was die Produktionsmaße und Rate betrifft, einprägsam ist als alles andere. Wir erzeugen an einem einfachen Vormittag, an einem Montag schon einige Dutzend, hundert Gigabyte an Informationen, wenn wir schon über Scheinern und Mathematisierung sprechen. Das heißt, die Menge an Informationen, die wir täglich erzeugen, überwiegt bei Weitem, ich denke schon, jede andere kulturelle Aktivität an Daten. Ich möchte natürlich nichts gegen die Kunst sagen. Es ist schöner, sechs Monate zu meditieren und dann ein Bild zu machen mit ein paar Megabyte, aber es geht ja nicht um Vergleich. Das ist der Alltag, wo Bildgebung, wo Bildschirme, wo Screens tatsächlich nicht nur uns ermöglichen, Diagnostik zu betreiben, nicht nur uns ermöglichen, Therapie, Bildgefühl zu betreiben, sondern auch unsere Therapie monitorieren. Monitoring in unserem Sprachkontext heißt, uns quasi kontrollieren. Monitoring heißt einfach für uns nicht nur Monitoring, sondern auch ein Vergleich oder eine Kontrolle dessen, was wir als Handlung betrachten. Das ist so ein Raum für kardiovaskuläre Diagnostik. Das schöne Bild, was Sie da hinten sehen, sind Herzgefäße. Das heißt, eine kardiovaskuläre Diagnostik des Herzinfarktes, der Erkrankung, der Herzkranzgefäße und Ähnliches. Nur als Beispiel, ich habe explizit für Sie diese Broschüren auch rausgewählt, damit es nicht nur der gemeine Alltag ist. Das wird so zwangweilig. Das ist natürlich ein bisschen Stück Zukunft, aber nur die Zukunft ist schon Realität, weil es inzwischen in Deutschland mindestens von diesem System acht, neun Stationen gibt, die langsam beginnen sozusagen ausschließlich. Sie sehen die Umgebung, quasi dieses Panoramische an Bildschirmen, dass jeglicher Schritt, jede Maßnahme, jede Prozedur, Bild geführt und Bild kontrolliert ist mit Monitoren. Ich möchte nur Ihnen zeigen, dass nichts metaphorisch ist. Wenn wir sagen Displays, Monitoren, meinen wir auch wirklich Displays und Monitoren. Also das, was auch Wolfgang Ernst so mag und ich genauso, also eine Materialität dieser Kultur. Materialität im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Set für neurochirurgische Interventionen, dass Sie sehen, dass der Operateur nicht nur ein Mikroskop benutzt für die Intervention, das heißt nicht nur als ein Fortgang quasi imageguided ist, sondern selbst für jeden Externen dieses Prozedere, Bildgebung, gemonitoren werden kann, kontrolliert werden kann. Und Sie wissen, dass in den USA diese Operationen alle videogefilmt werden, aus juristischen Gründen zum Beispiel. Falls man Fehler macht und verklagt, wird man sagen können, okay, ich habe den Fehler nicht vorsätzlich betrieben, hier ist das Video dazu. Ich will Ihnen nur die kulturelle Implikation zeigen, dass es nicht nur Technik ist, nicht nur Elektrotechnik, nicht nur Signaltechnik, nicht nur audiovisuelle Medien, sondern zugleich natürlich Jurisprudenz. Und ein Haufen ethische Implikationen, über die wir vielleicht heute nicht so viel reden sollen, sonst wären wir heute nicht fertig. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander inzwischen sprechen, sozusagen. Das ist die Praxis, wo Bilder quasi alles bestimmen. Und das ist eben ein beliebiger Arbeitsplatz. Das ist der Chirurg, das ist zwar ein Labor, aber wir haben das gleiche Gerät im Campus Mitte zum Beispiel, das ist der Vinci-Gerät, also ein Roboter-assistierte Chirurgie, wo der Chirurg gar nicht am Patienten mehr ist, sondern das, was er macht, ist diese Konsole, die Sie hier sehen, in dem er quasi reinschaut, in einen dreidimensionalen Raum, und mit zwei Handschuhen, also zwei Handschuhen, wo er seine beiden Hände hat, mit mega Rändern, Freiheitsgraden, die Operation durchführt, obwohl der Patient da drüben ist. Sie können sich vorstellen, dass man das Gleiche auch aus Mailand oder New York machen kann. Man sollte es aber nicht machen, weil es aus vielen Gründen nicht notwendig ist, aber rein theoretisch ist das natürlich möglich. Und das ist eben auch nicht Zukunft. Das ist heute. Wir haben heute eine Verhandlung über die Erneuerung dieses Types. Wir werden bald, bald heißt, wenn wir 1,3 Millionen haben sollten, das kommt in den nächsten zwei, drei Wochen dann, zwei Konsolen haben. Das heißt, der Chirurg sitzt an einem Gerät und seine Assistenz sitzt an der nächsten Konsole fürs Lernen. Das heißt, er sollte sozusagen Teil des Unterrichts werden für Jurochirurgen und für euch vielleicht, und zu spät auch für Studenten. Das ist ein Versprechen, das wir heute dem kaufmännischen Leiter gegenüber gemacht haben. Auch Lehre kommt an unsere Konsole. Aber die, glaube ich, ist zu spät. Okay, und das ist im Grunde genommen das, was wir uns vorstellen, wie die Zukunft dieser mitgeführten Sachen sein soll. Das ist ein zweites, neben DaVinci und das zweite Ast sozusagen, Cyberknife, ein Robot aus der Autoindustrie kommender Roboter, der quasi ohne jegliche, Cyberknife ist ein schönes Wort, das ist eine kalifornische Firma, die innerhalb von acht Jahren fast die ganze Welt erobert hat. Die haben mit fünf Geräten angefangen, und jetzt haben sie 180 Geräte weltweit. 3,2 Millionen pro Gerät. Das ist quasi eine Art bildgeführte, konservative Therapie im Vergleich zu DaVinci, was eine invasive Therapie erlaubt. Aber auch das ist eine Art Remote Controlling, Bild- und Monitor basiert. Nur, dass Sie die Beispiele gesehen haben von heute. Also wirklich heute. Und nicht irgendwann. Okay. Und dann, damit wir auch dann zu Herrn Pflanzer gehen können, ein schönes Ding, weil Sie gerade vor ein paar Tagen gesehen haben. Von den Vorstellungen offensichtlich der Industrie über unsere Zukunft. Das ist nur die Einleitung, damit Sie ein bisschen warm werden. Und jetzt kommen wir Das ist das, was die Industrie vorstellt, wie unsere Zukunft zu sein hat. Das ist das, was die Industrie Sie können sich einigermaßen ausmalen, welche mediale, welche medientechnologische, welche epistemologische, welche kulturelle, welche ethische Implikation selbst in diesem kleinen Entwurf der Zukunft stecken. Diese Zukunft ist nicht sehr weit. Und die absolute Virtualisierung des Patienten kommt dazu. Das habe ich extra für Sie ausgewählt in einem geisteswissenschaftlichen Institut. Das ist der Ort des Geistes, der sich auch tatsächlich australiert und anscheinend von den Themen. Das ist die offene CIA. Vielen Dank.